Willkommen zurück zu Professor Layton und die Maske der Wunder. Der Professor erzählt Emmy und Luke aus seiner Vergangenheit, um mehr Licht auf die Gegenwart zu werfen. Ein gelöstes Rätsel soll zu einem Schatz führen, den Rutledge in seiner Geschichte der Frühzeit erwähnt. Randall bittet Herschel und Angela, mit ihm zur Wand von Norwell zu gehen, damit sie das Geheimnis vor Ort lösen können. Oh ja, außerdem hatten wir im letzten Part noch in der Gegenwart die Festnahme von Dalston, den wir hier in der Vergangenheit sehen, den dicken. Bevor wir aber zur Wand von Norwell gehen, müssen wir noch schnell zu Layton nach Hause, weil da gibt es jetzt noch ein paar Rätselchen, die wir natürlich nicht auslassen werden. Zum einen bei Professor Laytons Vater. Hallo? Oho, Randall und Angela! Guten Abend, Herr Layton! Ich dachte, unser Herschel wollte dich heute Abend besuchen, Randall. Ich wusste nicht, dass ihr vorbeikommt. Wir waren nur gerade in der Gegend und dachten wir, schau mal kurz rein. Ach so, na, das ist ja wirklich nett von euch. Herschel kennt meine ganzen Rätsel schon, aber vielleicht wollt ihr euch an dieser alten Kopfnuss versuchen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, her mit dem Rätsel. Haha, das ist geil, das ist sehr geil. Eine Verständnissache mal wieder. Schwarz-Weiß-Bild. In diesem Klassenzimmer hängt ein elegant gestaltetes Bild aus weißen und schwarzen Feldern. Berührt man eines der Felder, endet es die Farbe von schwarz zu weiß und umgekehrt. Im Moment ist mehr weiße als schwarze Fläche zu sehen, doch mit einer einzigen Berührung lässt sich dies ändern. Welches Feld muss man ändern? Ja, also ihr seht schon, wir zählen, wir haben hier acht schwarze Felder, also ich sag mal so, acht schwarze Quadrate. Das stimmt doch nicht mal, ich kann doch nicht mal zählen, wir haben sieben schwarze Quadrate. Aber acht weiße, ja, sieben schwarze, acht weiße Quadrate. Stimmt sogar. So. Die Aufgabestellung ist sogar falsch, da bin ich nämlich auch reingefallen, weil das heißt ganz einfach, im Moment ist mehr weiße als schwarze Fläche zu sehen. Wie lässt sich das ändern? Welches Feld muss man ändern? Aber, aber, die Aufgabestellung ist eigentlich, wie macht man es, dass mehr schwarze als weiße zu sehen ist? Und nicht, was muss man ändern, um es zu ändern? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingehe und irgendein Feld schwarz mache, jetzt jetzt auf dem unteren Bildschirm, dann haben wir ja acht und acht. Deswegen habe ich vorhin auch Mist erzählt. Kann ich nicht zählen, oder was? Ich habe keine Grundebenen zählen. Und jetzt haben wir acht und acht, aber wir sollen es nicht ändern, wir sollen machen, dass mehr schwarze da ist. Und deswegen mache ich es nochmal neu. Okay, und wir können auch den Rand außen betätigen. Jetzt ist mehr schwarz als weiß, mit nur einer einzigen Bewegung. Das ist ja die Rede von der Fläche und nicht davon, die Quadrate zu ändern. Also los. Jetzt wird's spannend. So einfach ist das. Ja, aber da haben Sie die Aufgabenstellung gar nicht richtig, äh, gesagt, was, was gefragt ist, ja. Der Rahmen, der die Quadrate umgibt, ist das größte Feld auf dem Bild. So, ho, ho, ho. Gut gemacht, es ist richtig schön, endlich mal wieder einen interessierten Zuhörer vor sich zu haben. Schade, dass mein Vater nicht so ist wie Sie, Herr Leighton. Ihn interessiert es gar nicht, Rätsel zu lösen, Codes zu knacken oder Entdeckungen zu machen. Er weiß einfach nicht, was Spaß macht. Ständig hält er mir Vorträge darüber, wie wichtig doch harte Arbeit sei. Das ist nur seine Art, dir zu zeigen, dass er sich um dich sorgt. Er will sein Wissen eben weitergeben. Ach ja, vielleicht. Und weil's so schön ist, hat die Mutter auch noch ein Rätsel. Hallo. Omi Lee, oder Mutter besser gesagt. Guten Abend, Frau Leighton, ich hoffe, wir stören nicht. Aber nicht doch, schön nicht zu sehen, Randall, und natürlich auch dich, Angela, mach es euch bequem. Wenn Höschl mir gesagt hätte, dass ihr kommt, hätte ich euch einen Tee gekocht, aber so kurzfristig. Aber machen Sie sich keine Umstände, Frau Leighton, wir sind auf einen Sprung hier. Wollt ihr vielleicht eine Limo oder lieber ein Stück Toast? Ah, ich weiß, ihr wollt sicher ein Rätsel. Ja, natürlich wollen die ein Rätsel, die haben ja nix Besseres zu tun. Ähm, Kissenkunst, ei, 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 das ist auch, das ist gar nicht übel. Ist es nicht hübsch, wie ich mein Kissen verziert habe, geschmackvoll in Grün und Gelb, allerdings fehlt etwas Rot. Dann wäre es gleich wie Peppy gar nicht, wahr? Zwei rote Felder in jeder der vier gelben Flächen, habe ich mir gedacht, aber nur eines pro Reihe. Spalte und Diagonale, das wird toll. Zwei rote Felder wurden schon aufgenäht, aber wohin müssen die anderen sechs? Ha, ha, versteht ihr die Sachen? Ähm, da muss man echt überlegen. Also wir haben jetzt quasi oben, links, rechts und unten quasi vier große gelbe Felder. Und in jedes dieser Felder mit vielen, vielen Quadraten kommen jeweils zwei rote und zwei sind schon drin. Allerdings dürfen diagonal, vertikal und horizontal keine weiteren Sticker angebracht werden. Ich, ihr werdet es gleich merken. Notiz, wir müssen uns notieren. Also pass auf, ich mache das jetzt mit Strichen. Und zwar haben wir ja hier einen, ihr seht, unterer Bildschirm, ja. Und alles auf der Reihe kann nicht funktionieren. Alles darüber und darunter fällt auch flach. Alles was diagonal ist, ja, das fällt auch flach. Dürfen keine hin. Dasselbe geht für den Knopf, der rechts ist, oder Kissen oder was auch immer. Ja, das heißt, dürfen überall nichts hin. Auch links davon nichts. Und diagonal ebenfalls nicht. Und das ist diagonal nach links oben. Jetzt haben wir schon sehr viel ausgegrenzt, nicht wahr? Und wenn wir jetzt gucken, auf dem rechten Feld, verbleibt nur noch ein einziges gelbes freies Stückchen. Und da muss dann, jetzt habe ich es gar nicht mehr gesehen, da muss dann das zweite auf dem rechten Ding hin. So, und damit können wir wieder ausgrenzen. Und zwar nach oben, nach links und auch diagonal. Nein! Was war denn das? Ich mache schon eins rückgängig. Verdammt. Das wollte ich jetzt nicht. Kleiner Ratschefummel. Wie ist denn das passiert? Skandal. So. Jetzt muss man überlegen, das hier ist auch gekennzeichnet, so dapp ist. Jetzt kommen wir mal zum oberen. Zum oberen Viertel. Und zwar dürfen die sich hier auch nicht auf einer Reihe oder Spalte liegen. Deswegen, wir haben drei Felder oben übrig, wo es hinkäme. Und zwei sind ja schon nebendran. Das kann also nicht sein. Also kann es ja nur... Der da, war das der da? Da kommt jetzt einer hin. Und deswegen fällt der flach, gell? Nach unten. Diagonal. Warte, diagonal. Da bleibt nur der übrig. Da haben wir das obere Feld auch kompletto, Freunde der Nacht. So, und wenn ich das jetzt mache, nach links, rechts, diagonal. Ach nee, hier ist es neu. Ich denke schon, hä? So. Und nach unten kann auch nichts sein. Jetzt muss ich selbst überlegen. Ja, jetzt haben wir auf dem linken Feld. Da fehlt jetzt, wie ihr seht, da ist nur noch ein Feld übrig, wo es hinkommen kann. Das ist nämlich das hier. Wenn ich da jetzt gucke, nach links kann nichts sein. Da gibt es auf dem unteren Feld nur zwei freie Felder und da müssen ja auch noch zwei Knöpfe hin. Also, da und da und das wär's dann. Hier ist die Antwort. Kein Rätsel ohne Lösung. Gar nicht so übel, oder? Nicht schlecht. Gut, Gnet, jetzt ist das Kissen sehr ausgewogen, verziert. Muss man echt mal drauf kommen und vor allen Dingen, was für ein Oma strickt nach so einem Muster. Naja. Die Mutter von Professor Leighton. So, aus Frau Leighton, Sie denken sich oft spontan Rätsel aus, wenn Sie unerwartet Gäste haben. Ach, dieses kleine Rätselchen. Hätte ich gewusst, dass ihr kommt, hätte ich euch ein weitaus besseres serviert. Mit Tee und Kuchen, versteht sich. Sagen Sie das nicht, Frau Leighton, sonst wären wir eh nicht mehr los. Dabei ist es schon spät geworden. Ach nein, meine Liebe, ich freu mich doch immer, wenn Herschels Freunde zu Gast sind. Ja, ja, wusstet ihr, dass Rätsel von dem Professor Leighton-Spielen von irgendeinem 86-jährigen alten Herrn entworfen wurden? Aber nicht für die Spieler-Professor Leighton, sondern hat er in irgendeinem Rätselbuch schon beschrieben. Und er ist da ganz schön auf Zack, also so Dinger sich erstmal einfallen zu lassen. Ja, lösen braucht man schon ein bisschen Brain, aber sich die überhaupt auszudenken, die Rätsel. Also das merkt man schon, zum Beispiel so Käfisch und Such ist natürlich neu, aber so Sachen wie das hier würde ich zum Beispiel dem Alten zuschreiben. Wir müssen mal gucken, ich will natürlich nichts übersehen. Wir gehen jetzt mal in Professor Leightons Zimmer, was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil wir sollen ja zur Mauer nach Norwell. Was sagen sie da? Was machen wir denn hier, Herr Hersch? Wollten wir uns nicht mal etwas beeilen und nach Norwell gehen? Oh, es stimmt ja, ich bin wohl aus reiner Gewohnheit nach Hause gelaufen. Oh, ich hab nix im Brain. So, ich muss, müsste mal gucken. Wir wollen natürlich nichts übersehen. Ich lass die jetzt auch mal ausschwitzen. Ach, verdammt. Ich will, dass der auf irgendwas anspringt. Na gut, dann war hier kein Rätsel mehr. Hoffe ich zumindest mal. Und wir müssen weiter im Text, ja. Also zur Schule. Dann wieder zu Dolson sind wir stehen geblieben. Mit den beiden haben wir schon geredelt. Geredelt und Rätsel gelöst. Und da haben wir hier Lionel, oder? Der sieht aus wie der Messi. Ja, super. Hallöchen, ist das etwa der kleine Rätsel? Weiß dein Vater, dass du so spät noch hier draußen unterwegs bist? Oh, wir gehen bald nach Hause, Lionel. Ich wollte nur kurz mal Hallo sagen. Wirklich? Ach, das ist aber nett. Wo ihr schon mal hier seid? Wie wäre es mit einem kleinen Rätsel? Ohoho, natürlich. Ach das. 58 unbekannte Blöcke. Ein Baumeister ist zu seiner Verzückung glücklicher Besitzer von 10 Steinblöcken geworden. Wow! Die Blöcke sind aus zwei Sorten zusammengewürfelt. Leichten und schweren. Leider sehen alle 10 genau gleich aus. Man kann ihr Gewicht allein durch beherztes Anheben ermitteln. Der Baumeister benötigt im Moment nur einen einzigen leichten Block. Wie viele Blöcke muss der schlimmstenfalls anheben, bis er sicher bestimmen kann, welcher Block ein leichter ist? Definieren leicht. Da wir ja kein Erkennungsmuster haben, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn alle blauen Blöcke leicht sind und alle rosa Blöcke sind schwer oder so. Aber so kann er es ja nur wissen, wenn er alle 10 anhebt. Weil sonst kann es ja immer noch sein, dass der letzte Block leichter ist und so. Nicht wahr? Aufgepasst, Hershel! Jedes Rätsel hat eine Lösung. So sieht es mal aus. Er kommt, im schlimmsten Falle muss unser Baumeister schweißtreibenderweise alle 10 Blöcke anheben. Selbst wenn die ersten 9 das selbe Gewicht haben, so weiß er immer noch nicht, ob der verbleibende Block nun leichter oder schwerer ist. Da mal die Hände gespuckt. Viel Spaß. Oder man fragt einfach. Ein feines Rätsel, findest du nicht? Haha, nicht schlecht, aber etwas zu einfach. Ach, na gut, wir müssen jetzt los. Mann, sieht sich Lionel. Oh, natürlich. Ich hoffe, Hershel kriegt keinen Ärger, weil er die junge Dame und den kleinen Chunker erst zu spät nach Hause springt. Ein Chunker? Warum nicht gleich so Chunky? Also, um genau zu sein, weiß mein Vater gar nicht, dass wir hier sind. Wir sind nämlich heimlich aus dem Fenster geklettert. Sie verraten uns aber doch nicht, oder? Haha, wie oft auch, so redet dein Vater mit jemandem wie mir. Passt für euch auf... Genau. Das werden wir. Vielen Dank, Lionel. So. Wir schauen uns noch nach mehr um. Da könnte schon noch was sein. Ich suche explizit Rätsel. Weil hier scheiden mir Leichtwelte durch die Lappen zu gehen, ganz ehrlich. Gut, gehen wir erstmal zum nächsten. Gehen wir erstmal hier zu Dr. Eggman mal wieder. Hi, Eggie. Ah, hi, ihr Lieben. Was macht das Wärze-Trio so spät noch unterwegs? Ihr führt auch nicht etwa irgendwas im Schilde? Wir sind auf einer kurzen Expedition, um unsere tiefe Wissbegier zu befriedigen, wenn Sie das meinen. Ach ja, ich hätte hier ein höchst intellektuelles Rätsel für euch. Aha, zeigt mal her das Ding. Ach, billig. Das ist eines der billigsten Rätsel überhaupt. Blumenmusik. Die Pflastersteine, mit denen dieser Platz ausgelegt ist, ist bereits ziemlich ausgeglichen. Kannst du dabei helfen, ein neues Pflaster zu verlegen? Die Steine wurden bereits zu größeren Stücken zusammengefasst, um dir die Arbeit zu erleichtern. Das Muster bleibt übrigens dasselbe. Es musste aber nicht gleich ausgerichtet sein. Natürlich kannst du jedes Teil drehen. Ja, das ist ja wirklich sehr einfach. Unten haben wir die Teile, wenn wir jetzt hier anfangen. Mit, mit, mit dem. Und wir können das hier drehen, so. Ja, da haben wir schon mal die Mitte. Und brauchen den Rest eigentlich nur noch drum herum legen. Gut, da kann man auch mal den Falschen heben, sag ich mal. Das passiert ganz schnell hier. Weil ich merke schon, der passt irgendwie, irgendwie nett, oh. Das dürfte der Richtige sein. Nee, eben nett. Weil der hier gefragt ist. Irgendwie auch nett. Dann lassen wir den doch nochmal. Nein. Ja, aber das ist wirklich, äh, keine Kunst. Auch wenn ich jetzt hier erstmal gucken muss. Nee, so geht's auch nicht. Das war das. Vor allen Dingen, weil das so verbleicht ist. Hallo? Das Neue, was wir gerade legen, ist mindestens genauso verbleicht. Das ist halt der Witz an der Sache. Das kommt hier hin, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Guck, der kommt hier unten hin. Also Freunde, wirklich. Das war nicht besonders schwer. Bitteschön. Überlass das nur mir. Ha, klare Sache. Joho, toll. Sehr schön. Das sieht wirklich viel besser aus. Genauso wie eben noch. Ha, ha, ha. Die junge Leute heutzutage sind äußerst clever. Warum schleicht ihr hier wirklich herum? Schleichen? Wir schleichen doch nicht. Wir gehen nur spazieren. Ha, ihr mischt euch ja nicht. Ihr seid doch sicher. Ohne die Erlaubnis deines Vaters. Hier habe ich recht. Wie es das ganze Dorf weiß. Ja, also, äh, nein. Eine Erlaubnis haben wir streng genommen nicht. Sie sagen ihm jedoch nichts, oder? Er macht sich bestimmt nur Sorgen. Zurecht, Freunde. Zurecht. Ähm, nochmal hier. Hier muss sich etwas befinden. Kuchen. Wie sie jetzt immer nur an Kuchen denken können. Ist tatsächlich ein Rätsel. Sehr gut. Huch, da hat jemand ein Rätsel zurückgelassen? Falsch, da hat es jemand versteckt. Und zwar absichtlich. Das warst du, oder? Naja. Hallo. Ja. Weiß ich jetzt gar nicht. Inwiefern absperren. Absperren, dass es wirklich rundherum läuft, oder was? Das kann, das geht nicht. Das kann halt sein. Bin ich überfragt. Neu. Ähm. Neu. Ähm. Antwort geht. Verliere ich Pickerrad. Komm. Lieber die Hinweismünzen. Ich hab jetzt die Aufgabenstellung nicht ganz gerafft. Ich banne das Seil zuerst um A. Welches Loch muss jetzt abgesichert werden? Komm, weiter. Ein A. Inwiefern denn abgetrennt? Ich verstehe das nicht. Wenn du das so drumrum spannst, es darf ja nicht doppelt laufen. Dann muss es doch um die anderen quasi, da kann es immer noch reinlatschen. Das ist nur so ein bisschen so, tralala. Tu so als ob. Spannst du das Seil unterhalb von... Also, A und dann E und C. Ja, inwiefern? Wenn ich da um A einmal rumgehe, das verstehe, wer will. Nächster. Super Tipp. Also komplett absperren. Okay. Unterhalb von E und Trends C ab. So meinen die das, ne? Aber wie komme ich denn unterhalb von... Warte. Das geht nicht. Wie kommt das hier zustande? Kann man das eine mal... ...erklären? Ja. Tja, ich mache, was die sagen. Erst... Das geht ja auch nicht. Oder reicht das so? Antwort. Dann mal sehen. Rätsel können schon ganz spartig sein. Hat das so geklappt? Das hat mich jetzt echt überrascht. Weil ich habe das Rätsel, wie ihr vielleicht gemerkt habt, noch nicht gemacht. Eine mögliche Lösung siehst du oben. Okay. Ich mag das Rätsel trotzdem nicht. Pfui, pfui. Sehr gut, Herschel. Wenn man die Antwort kennt, ist es ganz einfach. Können Sie bitte aufhören, die ganze Stadt mit Rätseln zu übersehen? Das ist schlecht für die Umwelt. Und für mich? Was? Schlecht für die Umwelt? Gut. Kommen, wir gehen weiter. Und jetzt kommen wir ans Ziel an. Nämlich hier. Da waren wir schon mal. So, hier sind wir endlich. In diesem Wald wartet das Objekt unserer heutigen Forschungsreise. Die Antike Wand von Norwell. Das wissen wir doch, Randall. Wir leben auch hier, falls es dir entgangen sein sollte. Na komm schon, Randy. Was soll alles, Theater? Die Mau kennt doch wirklich jeder hier. Ach, ihr zwei habt einfach keinen Sinn für sowas. Ich versuche nur, die richtige Stimmung zu erzeugen. Um uns zu motivieren. Also los. Und diesmal bitte mit etwas mehr Ethosiasmus. Ich tue mal ganz Ethosiasmus mich die Rätsel hier. Suchen. Aber wir kommen hier nicht durch. Der Zaun ist zu. Wir haben Pech. Das Tor ist abgesperrt. Ist so niedrig, dass man drüber springen konnte. Aber diese alten Schreber, die können sowas nicht. Die müssen das Schloss knacken. Damit will man vermutlich zwielichtige Typen wie Randy fernhalten. Und jetzt? Nicht verzagen, Randy fragen. Manchmal ist ein Schloss nichts anderes als ein Rätsel, das es zu lösen gilt. Ohoho. Wer wäre denn auf sowas jetzt gekommen? Rätsel 61 Summenschloss. 40 Pikerat. Das Tor ist mit einem schweren Schloss mit beweglichen Zahlen versichert. Ihre Versicherung, ja. Herschel und Randall müssen diese neun Zahlenkärtchen so anordnen, dass jede horizontale, vertikale und diagonale Dreierreihe dieselbe Summe ergibt. Auf den ersten Blick erscheint die völlig Aufgabe unmöglich. Jedoch sind auf der Rückseite der Kerlchen weitere Zahlen, mit denen du arbeiten kannst. Bewege und dreh die Zahlenkarten, um das Schloss zu öffnen. Wir müssen immer auf die Summe 6 kommen. Das heißt, dass wenn wir jetzt zum Beispiel hier 2 haben und hier eine 3 bräuchten wir. Da kommt rechts und links halt die 6 raus, wenn ihr versteht. Ähm, das stimmt so nicht. Äh, warte, warte, lass mich überlegen. Und jetzt brauchen wir hier eine 3 und eine 2. Ja, und jetzt kommt überall die Summe 6 heraus, ne? Ja, mein Freund, bitte. Das Schloss ist geknackt. Hier eine Lösung von 4. Ja, das ist die, die ich gemeint habe. Jede Dreierreihe ergibt zusammengerechnet die Summe 6. Die Kerlchen sind mit recht niedrigen Zahlenwerten versehen, was die Anzahl der möglichen Summen sehr einschränkt. Hoho, fantastisch. Aha, geschafft! Toll, Randy, das war wirklich gut. Beeindruckend, du hast wirklich ein Talent für das Knacken von Schlössern. Moment mal, bei dir klingt es ja so, als wäre ich ein Krimineller. Los, komm, weiter! Wenn's... Wenn's sein muss, dann versuche ich weiterzugehen. Nach Novel geht es dort hinauf. Ja, ist doch kein Problem. Ist doch doch gar nichts. Es ist ganz schön dunkel. Randy, meinst du wirklich, wir sollten um diese Uhrzeit noch hier im Wald sein? Da kommen wilde Säbelzahntiger und Einhörner und... Naja... Ach, das ist doch keine große Sache. Wir folgen einfach dem Wanderweg. Oh, hier ist auch schon der Wegweiser. Ui, das Schild hat definitiv schon bessere Zeiten erlebt. Was stimmt denn mit dem Schild nicht? Hat es etwa ein Rätsel? Ach so, was? Das Schild ist ja wirklich in einem heruntergekommenen Zustand. Wie soll sich denn auch nur ein einziger Tourist hier zurechtfinden? Lasst uns versuchen, das Schild für die nächsten Besucher zu reparieren. Hm, wie soll das wohl aussehen? Sind das nicht zuvorkommende Kinder? Na ganz im Ernst, so. Rätsel 62, Schildgeschiebe! Was denn mit den Teilen des Schildes passiert? Herschel und seine Begleiter können nicht weiter, bis das Schild wieder repariert ist. Hilf ihnen, indem du die Teile drehst und an einer richtigen Stelle befestigst. Wenn man das Motiv weiß, ist es einfach. Und zwar handelt es sich hier, liebe Freunde, um... Ähm... Um einen... Richtig, jetzt haben wir es schon fast. Ja, das nenne ich mal einen richtigen Wegweiser, ja. Ein Pfeil. Ein Finger zeigt nach links. Ich weiß ja nicht, aber... Oh, war das richtig? Na, aber sowas von... Richtig, jetzt liegt das Ziel klar auf der Hand, findest du nicht auch? Eihou, Eihou! Ist doch alles schön? Und fertig! Wieso das wohl kaputt war? Es sieht noch so alt aus. Nicht so alt aus, dass es von alleine zerfallen sollte. Tja, also möglicherweise bin ich bei meinem letzten Versuch dagegen gestoßen. Also wirklich, Randy, wieso hat es denn nicht gleich repariert? Nicht schlimm. Haben wir ja jetzt gemacht. Diese Wurzeln laden zum Hochklettern ein. Genau das sagte Dolson, bevor er und sein Ego abstürzten. Dank Randy habe ich es letztendlich auch dort hinauf geschafft. Hm, diese Baumart ist interessant. Wie hieß sie noch gleich? Oh, der Dürre Dürlitius ist ganz schön gewachsen. Werde der Wachsen. Der Baum hat es ja auch geschafft. Weil Erwachsene wieder dumm sind? Weil sie dann alles verlernt haben? Was haben wir hier? Ah, so viele Münzen, da kann man sich ja gar nicht retten. So viel kann ich ja gar nicht benutzen. So. Nächste Haltestelle. Und da haut er gleich ab. Moment mal, was ist denn das? Warte, wo gehst du denn hin? Randy, es ist dunkel, pass auf. Da stöbert er. Hier ist was. Eine Kuriosität. Eingedostes Mittagsmahl. Das klingt doch fürchbar lecker. Vor allem, wenn es schon lebendig rausguckt. Ähm. Ja, ja, ist ja aber viel. Hier befindet man sich echt in der totalen Wildnis. Umso besser dann gibt es viel mehr zu entdecken. So lange wir nicht auf ekeliges Krabbelgetier stoßen. Haubi, haubi. So, mehr ist hier nicht. Lieber Randall, was ist los? Seht euch das mal an? Lauter Fußabdrücke. Oh, das sind wirklich viele? Wir sollten vorsichtig sein. Man weiß nie, wem man im dunklen Wald so begegnen kann. Das klingt ganz schön beunruhigend, Randy. Die Abdrücke stammen doch sicher nur von Touristen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das ist nicht das erste Mal, dass ich mysteriöse Fußspuren finde. Es kann nicht schaden, einmal nachzusehen, wie viele Leute sonst noch in der Gegend unterwegs sind. Oh, ja. Aha, Spuren Matsch. Abgebildet ist eine Brücke an einem Flussufer. Der Boden ist ziemlich matschig, sodass jeder, der sich hier aufgehalten hat, seine Fußspuren hinterlassen hat. Die Schuhmode ist offenbar vielfältig. Kannst du ermitteln, wie viele Leute die Brücke überquert haben? Ja, also wir gucken jetzt mal an Matsch. Wie viele verschiedene Schuhe sorten finden wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf... Aber die Frage war, wie viele haben die Brücke überquert? Und wenn ihr auf die Brücke guckt, seht ihr nur zwei Füße abdrücke. Das Rätsel ist Lösung. Vielleicht weiß ich's. Ich hab's wohl gelöst? Läuft der Weg geschmiert heute? Sehr gut. Nur zwei Leute haben die Brücke überquert. Zwar wurden zahlreiche Spuren im Matsch hinterlassen, auf der Brücke jedoch selbst sind nur Fußspuren von zwei Leuten. zu sehen. Aha. Trotz deiner fehlenden Leidenschaft bist du ein Naturtalent im Rätsel lösen. Das muss ich wirklich zugeben. Ach, das war nur mit Glück. Tja, hörst du, wenn ich mit Randy unterwegs bist, wüsste das eine oder andere Rätsel nicht herumkommen. Die Welt ist voller Rätsel gelöst werden wollen. In diesem Sinne, auf nach Norwell. Ah ja, Kumpel, mach doch mal keinen Stress jetzt. Da sind wir. Ja, ja, Norwell. Und was jetzt, Randall? Also, ganz habe ich die Inschrift noch nicht entschlüsselt, aber sie weist auf einen bestimmten Ort hin. Das ist sicher. Interessant, oder? Was sagst du? Auf welchen Ort? Genau das ist die Frage. Sag doch mal, Herschel. Magst du Rätsel? Nein, 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 Herschel mag kein Rätsel. Okay, die Wand von Norwell. Randall, wenn du wirklich recht hast, wäre das ein enorm wichtiger Schritt für die moderne Archäologie. Und dabei ist es so offensichtlich, wenn man es nur einmal gefunden hat. Oh, sieh mal, damit wird es noch klarer. Was ist das? Eine Abschrift eines Teils dieser Symbole. Sieht ihr das an, Herschel? Wo haben wir neulich schon so ein solches Muster gesehen? Hm, es kommt mir bekannt vor. Ach ja, das Fossil, das wir für Herrn Colin zusammensitzen mussten. Das meinst du doch, oder? Ganz genau, das Prinzip ist das gleiche. Man nehme ein Modell, zerteile es in mehrere Teile und fertig ist das Rätsel. Es ist so einfach, dass keiner der Experten jemals daran gedacht hätte. Unglaublich, das ist wirklich unglaublich, Randall. Und das war erst der Anfang, Herschel. Wenn du das Rätsel erst einmal gelöst hast... Wieso, was passiert denn dann? Das wirst du schon sehen, wenn es soweit ist. Jetzt kommt ein Rätsel, das wir lösen müssen, damit wir weiterkommen. Das sieht sehr kompliziert aus. Ist aber sauer einfach. Bizarres Bild. Diese Abschrift des Wandelbilds wurde in 16 Quadrate aufgeteilt und in der Vorlage entsprechend angeordnet. Bewege die Papierstücke nun so, dass ein zusammenhängendes Bild von 4x4 Feldern entsteht. Du darfst die Stücke waagerecht und senkrecht bewegen, aber stets nun 4 rein. Ordne die Stücke und stelle das Bild wieder her. Das Rätsel von Norvell. Und jetzt schaut euch's an, wie ich's löse. 1, 2, 3... Dann mal sehen. Rätsel können ganz schön spaßig sein. Das war das großartige Rätsel von Norvell. Richtig, die uralte Inschrift sieht einer Karte nicht unähnlich. Dazu ist auch der große Wagen zu erkennen. Die sieben hellsten Sterne des Sternbilds des großen Bären. Der große Wagen dient vielen Wanderern als Orientierungshilfe, um den Nordstern zu finden. Ob dies ein Hinweis ist? Tja. Super Hirsch! Ich weiß schon, wieso wir so dicke Freunde sind. Jedenfalls ist diese ganze Mauer nur eine riesige Landkarte, die auf einen bestimmten Punkt hinweist. Wirklich, für eine Karte sieht sie gar nicht detailliert genug aus. Schau doch, die Karte unter dem Sternbild entspricht der Landschaft hinter den Hügeln. Ich bin über den Hügel bis zu der Stelle gegangen, die auf der Karte eingeseichnet ist und habe gegraben. Und dort, meine werten Abenteurer, habe ich die Maske gefunden. Du hast sie ausgegraben? Bist du alleine in diese unbekannte Gegend gegangen? Ich nehme an, dass du niemandem Bescheid gesagt hast. Das hast du mir doch versprochen, so etwas Gefährliches nicht zu tun. Sei mir bitte nicht böse, Angie. Sieh dir das hier lieber mal an. Was ist das? Ich habe diese Seite aus der Geschichte der Frühzeit von Rutledge kopiert. Das Symbol auf der Maske sieht exakt so aus wie jenes in diesem Buch. Es muss die Maske des Chaos sein. Leider habe ich ihren Zwilling nicht gefunden, die andere Maske, über die Rutledge schreibt, aber... Bist du da nicht etwas vorschnell, Randall? Ich meine, das mit dem Symbol könnte doch nur einfach Zufall sein. Möglich, aber das war noch nicht alles. In der Kiste, in der die Maske war, befand sich auch eine Steintafel. Wow! Erinnert mich an Monster Ranger. Habt ihr gesehen, diese Steintafel? Wer noch Monster Ranger kennt, da auch, wenn die immer gestorben sind oder so. Und da konnte man die wiederbeleben. Mit den Steintafeln. Und diese Steintafel offenbarte etwas ganz Außergewöhnliches. Oh weh, noch eine Enttüllung. Treibst du nicht langsam wenig, Randall? Da hat er recht. Nein, wirklich, das ist doch das Tollste an der Sache. Die Maske ist nicht nur ein wertvolles Artefakt, sondern auch ein Schlüssel. Und nicht nur irgendein Schlüssel, sondern der Schlüssel, der uns zu einem historischen Schatz führen wird. Ach, nicht schon wieder. Du glaubst ernsthaft, dass da irgendwo seit Jahrhunderten ein Schatz liegt, der bis jetzt allen verborgen geblieben ist? Selbstverständlich, nach gewissenhaften Studien aller verfügbaren Informationen zur Maske, bin ich davon vollkommen überzeugt. Dieses Artefakt gehört zu einer Kultur, die noch wesentlich älter ist als alle bisher bekannten Zivilisationen. Darüber überaus faszinierend dabei ist, dass diese Kultur der Unsregen mit ihrem Wissen und ihrer Technologie weit voraus war. Der Schatz, den es zu finden gilt, ist nicht bloß ein schnüder Schmuck oder ähnlicher ordinärer Tant. Er ist das Vermächtnis einer gesamten Zivilisation. Seht her. Dies ist der geheime Code, der auf der Steintafel verzeichnet war. Natürlich habe ich ihn entschlüsselt. Er diente anscheinend dazu, der Nachweltbotschaften zu hinterlassen. Wer um diesen Code weiß, erkennt leicht, dass die Gravur auf der Maske ebenfalls eine Karte darstellt. Und wohin weist uns diese Karte? An einen legendären Ort, den Forscher seit langer Zeit vergeblich suchen. Nach Akpadein. Akpadein? Da müssen wir hin, Herschel. Du musst mit mir Akpadein finden. Nein, Randy, das ist viel zu gefährlich. Das lässt sich nicht zu. Was lässt du nicht zu, Angie? Wie willst du mich denn aufhalten? Ich mache immer noch das, was ich will. Randy, Dummkopf, bei dir dreht sich alles nur um dich. Manchmal weiß ich nicht mal... Na gut, du hast es nicht anders gewollt. Was soll das? Hey, gib sie sofort zurück, Angela. Hey, jetzt rennt sie wirklich mit der Maske davon. Zum Kuckuck, sie würde ich nicht mal. Wie wertvoll das Ding ist. Los, Herschel. Wir müssen Angela hinterher. Ähm, ja, na gut, ähm... Ja, warum schleifst du die Alde auch mit da hin? Ja, ja. Ganz ehrlich zu sein, so wirklich so hundertprozentig stimmt da die Chemie dann doch nicht. Ähm, wo ist denn Angela? Hallo? Wo sind die Hingrand, die Alde? Angela, wo bist du? Keine Spur weit und breit. Ach, wir müssen weitersuchen. Eh nur wegen der Maske. Hätte die nicht die Maske, wäre da nicht hinterher gerannt. Und das weiß die auch ganz klar, deswegen hat sie ja die Maske mitgenommen. Wir werden Angela finden im nächsten Bild, aber das kommt erst im nächsten Part. Wir werden fast wieder 40 Minuten, Freunde. Jetzt qualen wir Daumen hoch. Und dann gibt es wieder jede Menge Zwischensequenz-Party. Mir fällt die Fernbedienung runter, sorry. Und wirklich jede Menge Action, weil es wird emotional. Und dann geht es weiter in der Gegenwart mit krasser Action. Auf keinen Fall verpassen. Also, Freunde, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.